Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Ja, ganz neu für mich heute aus der Straßenbahn. Ich habe mir ein 9-Euro-Ticket gekauft. Jetzt will ich mal meine Erfahrungen damit mit euch teilen. Ja, also für mich auch ganz spannend, denn ich fahre ja schon seit über 30 Jahren Auto. Ja, mal sehen, was ihr dazu sagt. Ist nur eine kurze Strecke, aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Ganz liebe Grüße, die Doris. Und ich stehe hier Haltestelle Lundenberg in Kassel und jetzt geht es mit dem 9-Euro-Ticket zurück. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Was ganz Neues für mich als jahrelanger Autofahrer. Aber ich will die drei Monate nutzen. Ist ja alles auch sehr teuer geworden. Ne? Ja. Dann das gleich. beidenません. So一下s Maisen. Ich werde das vielleicht nicht verhelfen. Nächste Haltestelle, Platz der Deutschen Rheinreich. Nächste Haltestelle, Platz der Deutschen Rheinreich. Schöne Umstellung und jetzt höre ich dir meinen wohlverdienten Feierabend und wünsche euch ein schönes Landeswochenende.